Guten Morgen, willkommen zu meinem neuen Vlog und ich fühle, dass es schon lange her, seit mein letzter Vlog bestimmt ist. Aber das letzte Video war ein Video, das war schon lange bearbeitet und bereit zu posten. Aber ich hatte noch gar nichts gefunden, die richtige Zeit zu posten und habe ich dann letzte Woche gemacht. Und dann diese Woche habe ich mir gedacht, wie, wann war das letzte Mal, wenn ich einen Vlog gepostet habe. Ich wusste nicht mehr, deswegen willkommen zu meinem neuen Vlog. Noch einen Tag im Studium. Und wie immer, wir fangen mit Kaffee. Ich hatte schon meinen ersten Kunden, wie du gesehen hast, weil ich erste, waren drei ersten Kunden. Drei Schwestern, die haben das gleiche Tattoo gemacht. Ich würde am Ende noch einen Clip machen mit den drei zusammen, aber auch vergessen. Ich habe sowieso gemacht von der ersten, aber habe nicht gemacht von den drei zusammen. But, ich habe es mit Handy gemacht für Instagram. Ich lasse es hier sowieso. Jetzt muss ich putzen, wie immer, wie du schon weißt. Essen und nächste Sekunde. Und heute, ich mache ein geiles Tattoo im Kopf. Ich werde das filmen. Nicht vergessen, ich werde das filmen für dich. So, der Kopf ist schon fertig. Die Kopf, da. Das Tattoo im Kopf ist schon fertig. Sieht geil aus. Ich finde, es ist nicht ein Stil, das ich steche jeden Tag. Aber gefällt mir sehr. Ist echt krass geworden. Und der ist zufrieden. Ich bin zufrieden. Das ist wichtig. Jetzt wieder aufräumen, putzen, wie immer. Warum bin ich wie ein Roboter? So, ich werde jetzt putzen. Da hinten. Und wieder weiter arbeiten. Zeichen. Noch hier, Making Stencils. Ich mache gerade Stencilsabdruck. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger hier. Ich warte noch auf ein paar Kunden. Aber Tattoos habe ich heute schon gemacht. Mache ich keine mehr heute. Jetzt ist es nur First Appointments, Besprechung. Aber ich habe viel, viel, viel zu malen. Ich habe Handschuhe, weil ich mache die Abdrucke. Sonst bleibe ich blau. Wird ruhiger, weil ich bin ein bisschen mehr alleine. Aber ich muss viele Zeichen und viele Abdrucks machen. Los geht's. Ich weiß, ich habe nicht so viel geredet. Aber ich bin am Zeichen. Ich habe nicht so viel zu sagen. Ja, deswegen. Aber ich bin auch hier. Ich bin am, wie ich schon gesagt habe, Zeichen. Ich glaube schon tausendmal gesagt. Und der Tag ist noch nicht vorbei. Ich muss noch weiter. Ich muss nur hier kommen und sprechen ein bisschen. Ich würde auch dich fragen. Wie geht es dir? Alles gut? Schreibe mir hier auf den Kommentar, ob du gut bist oder nicht. Wie ich schon gesagt habe, auch schon lange her. Ich habe keine Vlog gemacht. Wenn du möchtest, gib dir Zeit. Und schreibe mir etwas runter. Freues neues Jahr auch. Ich habe noch nicht gesagt. Ich hoffe, dein Weihnachten war gut. Mein war gut. Ich hatte viel Spaß gehabt mit meinen Eltern dabei. Ich habe noch ein bisschen Urlaub gehabt. Ich brauchte das. Ich habe sowieso gearbeitet, aber nicht so viel. Ich war zu Hause am Zeichen. Von Zeichen kann ich keine Pause machen. Deswegen muss ich immer warten, ob ich Urlaub habe. Ich war sowieso ruhiger zu Hause am Zeichen. Ich würde sofort anfangen zu vloggen, wenn ich angefangen zu arbeiten habe. Nach Weihnachten, nach neues Jahr. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe es noch nicht geschafft. Weil ich habe so viel Arbeit im Moment, Gott sei Dank. Aber heute, ich habe mir gedacht, ist es ein bisschen ruhiger. Hauptsache, ich arbeite, weil es so viele Kunden miteinander ist. Deswegen habe ich gedacht, heute ist gut zum Vloggen. Hauptsache, passiert nicht viel. Du weißt schon, wie es geht. Studio Vlogs, Tattoos, Zeichen. Mein Tag, immer das Gleiche. Leute gefällt, Leute gefällt nicht. Aber hier bin ich. Mein Tag im Studio. Vergesst nicht, dieses Video zu liken. Schreibe mir hier unten auf den Kommentar, was du mehr von mir sehen möchtest. Ob du hast etwas über Tattoos. Eine Frage, die ich in einem Video antworten könnte. Ich habe ein Video schon bereit für nächste Woche über spontane Tattoos. Warum ich mache oder mache nicht Tattoos. Hier im Studio, spontan. Abonniere meinen Kanal, so du verlierst keinen Content hier bei mir. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye.